Nimm doch einfach mal ne Waffe mit dir. Was zum... Oh, ist das nervig. Ii, haben wir uns die Augen im Klo ausgespült. Ihr seid... Eh, genau, das ist mein Punkt. Where are you? Das sag ich dir nicht. La 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 la. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Wo kommt der Rucksack her? Ist der gerade sehr bei? Ah. Es ist immer noch nicht vorbei. Ich glaube, es war kostenlos. Bin mir aber nicht sicher. Explorer. Ein Tape. Band von Franklin 3. Wir haben uns fehlt aber Band von Andy 2. You're at my best friend's place. His name is Theodore. And he is a very cheerful freak, you know. Yeah. He also likes to play. Little boy is like... Now go and have fun. I'll be watching. Sind das... P... Dos... Ich möchte es ja nicht in einem Wort aussprechen. Hopelessness. Es ist sehr dunkel, ne? Hier ist doch hell, aber wo ist denn... Woher kommt denn das Licht? Achso, hier ist eine Kerze. Ich traue, damit ihr auch was seht. Coming to the carnival! Wuhuhuhuhuhu! Ich frage mich, ob ich den jetzt damit nicht getriggert habe. Wer ist das? Und was hat er da gerade gemacht? Da. Da hockt auch jemand auf den Knien. Oh, meine Ruhe. Okay. Ach ja, woher kommen diese komischen Viecher da eigentlich immer auch? Dann raus. Okay. Hey. Hey. Einer Verwalter, ey. So in manchen Games suche ich echt so... Scheiße, was nehme ich denn als Thumbnail und stippe da so durch? Und hier fände ich so viele Bilder. Denkt man bei jedem zweiten so... Das gehört so neben. Notiz... Zettel... Von der OP. Heodor hat mir geholfen. Es ist gelungen, dass der Polizist nach dem Durchstechen des Kopfes weiterhin näht. Das Abschneidebeine hat ihm... Ach, das ist der da hinten. Hat ihm keine Schmerzen bereitet. Und darum ging es. Ich kann nicht viel von zu Hause arbeiten. Ja, das ist nicht arbeiten. Ich bin nicht... Ich hab ihn noch nicht hin. Ich bin noch mal hier hin. Wow. I love her. Okay. Okay. Das ist irgendwie... Ach, war ich hier nicht? Pass auf ihn auf. Thiero, pass auf meinen kleinen Freund auf. Biete ihm eine... eine wenig Unterhaltung. So wie du es magst. Er soll sich ein wenig entspannen. Der Versteck ist perfekt. Auch wenn er irgendwie fliehen sollte, dann wird er wohl nicht weit kommen. Er hat wohl keine Ahnung, wo er überhaupt wohnt. Wo willst du das wissen, dass ich das nicht weiß? Habe ich eigentlich immer noch irgendwas dabei? Ich habe noch meinen Sack und habe auch noch das Kaninchen. Was ist mit meinen Gliedmaßen, die ich gefunden habe? Müssen die nicht hier auch irgendwo sein? Ja, hier soll ich ja wohl nicht hin, oder? Ich wusste das und habe mich trotzdem erschrocken. Na, na, na. Ja, sehr gut. Abgeschlossen. Ja, knurr mich mal nicht an. Ist der nass geworden? Jetzt geht aber meine Kerze dann aus. Wenn ich das jetzt hier zurückdrehe, ist er dann noch da? Da wieder da? Vielleicht soll dann meine Kerze ausgehen. Pssst. Ja. Das siehst du jetzt erst? Pssst. 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 anner. war doch nichts warum ruckelt das denn jetzt hier hoch was war das willkommen zum karneval nimm das geschenk von theodor an den luftballon ich sehe ein hebel ich weiß nicht genau was da jetzt passiert ist hier ist so dunkel iphone auch schon so viel blut was zum Jetzt reiben sie ihre Augen. Geh es auch noch mal weg. concerns dass sie hier, Oh mein Gott, was ist denn das? Was hat er mir denn da bitte in die Augen gesprüht? Erinnert sich hier was? Ich werde dir wo ich hide und sehe. Ach Gott, jetzt soll ich so spielen hier. Was ist denn hier eingeblendet? Eine Sekunde bitte. Ich kann das nicht unterbrechen, ne? Geht das? Weiß nicht. Das war der Abfallkalender. Na super. Wo muss ich denn hin? Ich kann mich ja irgendwo verstecken. Nein. Ein bisschen schwierig, andauernd F zu drücken hier. Ja, sie wollte mir zeigen, wie man sich versteckt. Sie war hier drin. Wenn ich das rot werden lasse, sehe ich einfach nichts mehr. Hier ist noch ein Stück. Sag mal, was soll ich denn tun? Oh, ist das nervig. Da ist es schon wieder so warm hier. Ja. Oh, Mami, du bist doch tot. Du hast mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt hier. Auch jetzt nicht. Ja, klar. Hier. Mua. Das war nicht so schlecht, war es? Ja, das sieht so nicht anders aus heute. Wer bist du? Ich habe jetzt alles D ins Auge gespritzt oder so. Oh. Überlebe die von hier oder vorbereiteten Halluzinationen. Ih, haben wir uns die Augen im Klo ausgespült. Ah, da ist das, was wir von mir gesehen haben. Clown Schlüssel. Ist das Mami? Ne, die hat ja schon Kopf verloren. Also, die eine. Hi. Aber wer bist du? Warum wird das mal lauter? Warum wird das mal lauter? Wie steht? Oh, mein Sebel. Officer Polanski. Officer Polanski. Polanski klebten seine große, dicke Nase in unser Business. Er steckte seine Nase in die Angelegenheiten. So entführte ich ihn. Ach so. Seine Frau und seinen Sohn. Okay. Achten Sie auf die Eltern, damit sie leiden. Ich werde den Jungen nehmen. Ich will, slipping weg, das Leben langsam beobachten und seinen kleinen Körper zu verlassen, so, dass es nur eine leere Hühne wird. Ich mag den genauen Moment zu fangen, wenn das Lichtblätter seiner Augen auch der Gedanke daran titiales, titilates mich auf den Kern. Herr F. Das ist Lisa Ferdinand. Nee, Franklin. Franklin, mein Kaffee ist bald leer. Wir müssen jetzt mal zum Punkt kommen. Ihr seid... Genau, das ist mein Punkt. Don't be afraid, ja. Ich bin nicht mehr, Herr Ferdinand. 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 Oh, oh, oh. Mal wieder, er hat jemanden, nur für ihn selbst genommen. Na, gut, gut, ich hoffe, ich werde mit dem, was noch was erlacht. Okay. Warum roggelt das jetzt? Franklin, Notiz von Theodor. Du hast kein Recht, hier einzutreten. Das ist... Legen die sich einfach Zettel hier hin? Haben die kein Telefon? Das ist doch... Was heißt 2014? Du hast kein Recht, hier einzutreten. Das ist nur mein Platz meiner. Das, was ich hier habe, ist mein Eigentum. Nur meins. Auch deine blöden Gören. Auch deine blöden Gören. Ja, ich nehme mir manchmal einige von ihnen ohne deine Erlaubnis. Na und? Du kannst nichts dagegen machen. Und auch wenn du es versuchst, melde ich das der Polizei. Hahaha. Das ist, glaube ich, auch keine so gute Idee, oder? Ihr seid doch dann beide dran. Ein Zettel. Hat er da beantwortet? Ermahnung. Herr Theodor, vergessen Sie bitte nicht, dass es die Aufgabe eines Hausmeisters ist, in der Schule aufzuräumen. Ah, Theodor ist der Hausmeister und wir sind Lehrer. Ich habe nichts dagegen, dass Sie den Schulkeller für sich eingerichtet haben. Das ist aber nett. Aber erledigen Sie bitte auch Ihre Pflichten. Direktor Johnny Wattrick. Ah, das ist aber gerade ein bisschen geprimmert hier. Warum kann ich hier drauf? Ah, Reihenfolge. Ok. Ok. Ja, ja. Okay, ist ja auch noch eins. Ja, hau. Vielen Dank, macht's mal was. Kannst du mir sagen, warum das jetzt hier so ruckelt? PC ist gleich warm wie vorhin. Einteilungen. Warum bin ich denn auf niedrig? Wie ist das denn passiert? Okay. Es ruckelt immer noch ein bisschen, es tut mir leid. 10 bis 10.30 Uhr, Lunch, Happy Life. Gelb hoch, grün hoch. Was? Gelb hoch, grün runter, blau-grau hoch, pink hoch. Kann ich mir das merken? Nee, kann ich mir nicht merken, ich schreib das mal auf. Gelb. Grün runter, blau hoch, pink hoch. Hoch, runter. Oh, jetzt hab ich mir auch noch vermalt. Blau hoch. Hoch, runter, hoch, hoch. Hoch, runter, hoch, hoch. Und da hat das hier mit was zu tun. Ach so. Ja. Oh ja, ja. Hör doch mal auf hier so rumzuruckeln. Gelb hoch. Jetzt noch blau und pink hoch. Warte mal, Einstellungen. Liegt das hier dran? Sollen wir das mal probieren? Schatten aus? Ah. Hm. Ich weiß es nicht. Das hat doch bisher nicht gehört. Dingst. Äh, hier komm ich her. Dingst. Nop. Hoch, 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 hoch. Da sag ich dir nicht. Blau ist oben, das ist richtig. So, irgendwo ist auch oben. Ruckel, ruckel. Unterrichtsplan. Acht bis zehn, Biologie. Da sind wir aber früh dran, ne? Wir sind der Biolehrer. Zehn bis zehn Uhr dreißig in Lansch. Da steht da schon wieder Lansch, ob das wichtig ist. Zehn bis zehn Uhr dreißig. Zehn Uhr dreißig bis zwölf Uhr dreißig. Mathe. Null. Null Uhr dreißig bis zwei Uhr dreißig. Ich weiß nicht, ob das richtig... Ihr meint wahrscheinlich eher zwölf Uhr dreißig. Englisch, dann Sinner, Geografie und Playtime. Zu komischen Zeiten hier alles, aber gut. Ich muss das irgendwie öffnen. Okay. Abgeschlossen. Woher bist du? Where are you? Däh, 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 däh. Däh. Der blaue im Schritt. So, was ist denn hier jetzt aufgegangen? Da, die Tür. Okay. Ich hoffe, dass es im nächsten Level besser wird hier. Achtung, nasser Flur. Where are you? Ich muss das anbeapnen. Ich habe schon lange keine Buntstifte mehr, der will. Das sind keine Buntstifte, ne? Gott, so viele Gitter. Ist das euer Ernst? Der hat das schon verlaut. Ich habe schon mal. Vielleicht? Nein? Mensch, Mensch, Mensch. Wo lange geht denn dieses Spiel? Where are you? Ich frage mich eher, wo du bist. Warum will das noch mal nicht? Kann dir nix aufmachen. Ich möchte euch irgendwie öffnen. Ich stelle das trotzdem noch mal eben einmal um. Ich glaube, das andere war trotzdem besser. Hier war es. Dann stelle ich das vielleicht mal auf Mittel. Sinkommission Pro. Hat sich denn irgendwas umgestellt? Shadow Cascade 2 fehlt. 4. Fehlt. Machen wir nochmal. Anisotropische Wilderung. Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Doch, er hat das Gefühl, das flackert. Nimm ich. Ja, warte mal. Was ist das für mich öffnen? Telefon? Hilfe rufen? Nein? Oh, ist das jetzt nervig. So kurz vor Schluss. Was soll denn das? Kann ich nicht öffnen? Okay, dann gehen wir halt so. Zu der Kerze. Hier so, ne? Ist jetzt wieder alles okay. Halten. Ach, du heiliger. Ach, du scheiße. Du hast dann gespeichert. Ähm, ja. Was muss ich denn tun? Du bist Theodor, ja? Warum sieht denn das immer anders aus, dann wenn ich da durchlatsche? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und es flackert überall. Ja. Aber ich habe einen Hebel gezogen. Zählte das nicht? Hä? Oh Gott, das ist nichts in meinen Augen. Er hat den Hebel nicht genommen. Doch, er hat den Hebel genommen. Aber wofür ist dieser Hebel? Okay, er sieht mich gerade nicht. Ist das ein Zettel für mich? Ach, du heilig Scheiße. Tietz in kindlicher Schrift. Oh, meine Augen können sich kurz... Beruhigen, ja. Thema, wie wird man glücklich? Lektion 354. Was sind denn die anderen Lektionen? Glück kann für jeden etwas anderes bedeuten. Ich bin glücklich, dass ich in einem bequemen Saal sitzen kann und Zugang zu Büchern habe. Ich habe einen tollen Lehrer. So einen hatte die Schule noch nie. Er war mal Hausmeister. Jetzt unterrichtet er uns aber. Ein erstaunlicher Mensch voller Leidenschaft und mit vielen Talenten. Aha, okay, okay. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Landstein. Ja, euch geht es nicht so gut, ne? Vor allen Dingen ist das echt schwierig, wo es hier so ruckelt. Okay, er ist gerade nicht da. Schlüssel aus der Schule. Wo komme ich denn hier aus? Schlüssel aus der Schule. Ja, was muss ich denn? Ich muss hier nennen. Ja, das glaube ich dir. Hab ich den Schlüssel noch? Kann ich das irgendwo sehen? Ja, ich hoffe, diese Schlüssel öffnet die Einlangstür zur Schule. Äh, hier, die? Scheiße. Hier, ne? Exit. Auf. Karneval in Comethie oder da geht die Kerze aus. Wollte ich den Stuhl darunter stellen? Ich hab bestimmt irgendwas übersehen, weil ich hätte doch auch na, vorhin als die Mutti da na, nein, hier natürlich nicht beflohen ist. Stand doch da irgendwas mit, ich brauch einen Stuhl. Das hab ich auch nicht gemacht. Okay. Okay. Guck mal. Hier ist jetzt wieder abwuchs okay. Komisch. Das war nur dieses nervige Level. Ist das ein Closets? Es ist schon gleich halb fünf bei mir. Ich hab überlegt, mir heute noch die Haare zu färben. Weiß nicht, ob das überhaupt jemand interessiert, aber ich hab ne Blutspur gefunden. You lose. Oh. Er ist ein Closet? Er ist ein Closet? Okay. Okay, mit dran ist nix mehr. Erstmal ne Kerze. Ach, da sind wir dabei. Fräing dran. Sorry, it had to come to this. But you have to understand, Theodore. He almost never gets what he wants. And he wanted you so badly. But... You're mine. We will play the last game I prepared for you. Oh, I see you're a little roughed up. So take your time. Ein bisschen verärgert. And remember, no cheating. Cheating. Wie alt sollen wir eigentlich sein? Auf jeden Fall dachte ich, ich färbe mir die Haare heute nur in metallisch-grau. Weiß noch nicht, ob das ne gute Idee ist. Weiß nicht. Ich hab ja Urlaub. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. I see that you're drawing your last breaths. Oh, oh. But we have to play. For the last time. Wie alt Sub- muss ich zu dir ist das ach hier bin ich wusste doch mir kommt das bekannt vor muss denn das noch mal aufgehen ich war doch hier schon was machst du jetzt hier noch kommen sie jetzt alle oder wie und die kackpuppe ist natürlich auch da vielleicht haben wir ja glück und später war alles nur ein böser traum jetzt wirklich zu ende mit uns just a few more steps and i'll let you rest trust me you'll have all eternity for resting okay sterben als kleiner junge haben wir nichts anderes im sinn als einen vollenden vergoldeten goldfisch in unseren rucksack zu packen nachdem wir halb verschlafen hast du mit mir gesprochen kann ich auch nur was du da machst, was machst du denn da, hast du noch mehr? ok, machst nur la 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 will ich jetzt mal sonst was Pallen mitnehmen? ich hab kein Ball geht doch nicht, ok ein Ball wo gab es hier einen Ball, bei dir kann ja nichts rein das würde ja nicht direkt hier neben sein eigentlich Schauen wir mal. Zwischendurch vergisst er mal, dass er am Bluten ist und rennt dann doch mal. Was? Warum heult ihr denn jetzt alle? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ansonsten wir mal. wenn er mit der Kerze rennt, ist das anders. Das war, wo ich angefangen hab. Alter. Ich werde den nie wieder nehmen. Ich war hier nicht im Raum. Ja, aber da ist ein First Aid-Kill. David, bist du das? Okay. Hier sind wir wieder, David. Du und ich zusammen. Ich muss dir sagen, dass ich mit unserem Spiel sehr glücklich bin. Aber es ist jetzt vorbei. Warum? All das für nichts. Ich weiß nicht. Ich würde niemandem mal einen Blick auf meine Kunst nehmen. Das ist keine Kunst. Ich mag Kunst. Das ist keine Kunst. Wenn ich mit dir fertig bin, denke ich, mein Arbeit wird endlich vorbei. Danke für das, David. Du hast wirklich, wirklich verändert. Ich will die Augen nicht schließen. Geht ihr was anderes drücken? Nichts drücke. Papa? Ich habe die Befürchtung, ich muss es tun. Sorry, my darling. I just couldn't resist. I'm sorry, you can go to sleep now. Wenn ich das nicht tue, kann ich das Ding greifen? Nicht erstichen. Ich will das nicht drücken. Du hast mich gerade schon verarscht. Na gut. I'll make sure you have company while you're rotting in the ground. Das ist das Ende. Erreiche den Abspann. Ewiger Schlaf. Schalte das Ende mit dem Tod frei. Gibt es noch ein Ende online mit den Ecken? Hydra Games. Nimmo Games. Broken Arrow Games. Ah, Busiek. Neues Ecker. Special 2. Gasinski. Tester. Ja. Also. Was haltet ihr von dem Spiel? Ich bin ganz ehrlich. Ich werde gar nicht erst googeln, ob es noch ein weiteres Ende gibt. Ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will diese Ekelpedos da nicht weiter gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, das sind auch unter anderem so welche. Auf jeden Fall sind es Sadisten und Mörder und weiß ich nicht was. Ah. Ah. So. Fortsetzen. Wo würde er fortsetzen? Hier würde er fortsetzen. Okay. Ausweg. Warte mal. Zurück? Ne. Ja. Du hast den Hasen in der Hand. Den habe ich immer noch nicht losgebrochen. Ich glaube nicht, dass ich da noch gucke, ob es da irgendwas gibt. Ich weiß nicht mehr. Solche ekelhaften Menschen, die das als Kunst verpacken. Und ich weiß nicht ganz hier, was die Dinger, ob das Ängste darstellen sollten. Oder einfach nur irgendwas Gruseliges, damit man nicht in die Richtung geht, weil man da noch nicht hin soll. Weiß ich nicht so genau. Ich fand es echt gut. Wie gesagt, ich glaube. Ich glaube, es ist kostenlos. Bin mir aber echt nicht sicher. Kann sein, dass es eine Kleinigkeit gekostet hat und die Peri mir das mal geschenkt hat. Weil das würde passen, weil hier sind auch wieder Puppen. Das kann natürlich sein. Gut. Wir haben es endlich geschafft. Ah. Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.